Hallo zusammen, ich bin Katharina. Ich arbeite bei Betty Bossi als Rezeptredaktorin. Ich liebe Prosecco und ich zeige euch jetzt den Kitchen Hack, wie wir schnell Prosecco runterkühlen. Ich mache jetzt ein bisschen Eis in den Eiskühler. Dann kommt die Proseccoflasche. Dann ein bisschen Wasser. Genug Salz. Und noch mal Eis, oben drauf. Zum Wohl. Zum Wohl.